Die Lohdrache Die Lohdrache Früher haben die Leute von Grigionäu meistens viel gehabt. Ein Tag haben ein paar Schäfer entschlossen, nur in der Zirche, und sind ins große Lohrtal gegangen. Im großen Lohrtal ist der Wald so zu der Decke gesieht, dass diese Neuesiecher nicht vorwärts kommen. Sie haben angefangen zu bauen, weil sie einen Platz für neue Wälder machen wollen. Die Männer haben mit der jubilenden Unsorge wie besessen sie gewirkt. Plötzlich haben sie schreckliche Brille gekauft. Diese unmenschlichen Geschrei haben manchen ins Blut in der Nordrache gestorben. Es ist grusam, sie haben sie geschreit. Gehen wir zurück ins Dorf, sie haben andere Stimmen gesehen. Die mutigsten Männer haben entschlossen, auszufinden, von woher sie lernen. Sie sind langsam und vorsichtig in der Wald gegangen und auf einmal haben sie die Rache gesehen. Es ist ein riesiges grünes Muster, das fliegt. Die gräschende Schäfer sind erstreckt und fortgelaufen. Und wenn sie sich in den Dorf angekommen, haben sie den anderen Bauern abgeräutert, um sie aufrufen zu gehen. Was sieht, wie sie bei der Kaisen ins große Lothall kamen? Aber die Fiedröpfen haben nur die Wälder gebraucht. Wir schenken die Bote von Loth dem Mann, wo der Drache tätet, das die den Wunner von Griechenland geht. Der Vorschlag ist so interessant, dass trotz der Gefahr mehrere mutige Männer diese schwierige Aufgabe angeht, aber leider hinschkeis Glück gehabt. Sieben Mannchen von Josiel und Lomato hinsch entschlossen etwas gegen die Drache zu erfinden. Wie kennen wir die Drache-Diete, hätte ein junger Mann aus Lomato gefragt. Wir messen den Ausnahm grossen Hunger auszunutzen, hat ein anderer entschädigt. Wir messen unsere Kraft zusammenlegen, haben die Unwohner von Josiel geschreit. Wir messen ein Stier ein Jahr von ihm, hat der älteste von ihnen gesagt. Noch sieben Jahre ist der Stier riesig gesieht. Sieben Grigionäre haben die Hörner vom Stier mit Eise beteckt, um die Spitze zu machen, und hins Stier ins große Lothal treibt, weil sie hins dem Drache wähle Opfro. Die Drache hätte Stier für sie aufgeset. Die schreckliche Geschrei aus dem Lothal ist die Nacht, in der Dorf du der Bier kässt erlangt zu schlafen. Das sind die Geschrei vom Drache gesieht. Die spitze Hörner vom Stier haben die Magen zerschresset, wie siebemangene haben kein vorausgesehen. Schreckliche Geschrei aus dem Lothal Um es zu schrauben, sind die Leute im Beruf auf Lothal gegangen, wenn sie sehen, was ist geschieht. Sie haben der Drache tot in einem Blutzug gefunden. Seit der Due hat keine Angst gehabt, im Beruf auf der Schöne Lothal zu gehen. Die Magen sind jetzt von den sieben schlauen Männern gesieht, denen man den Tod vom Drache verdankt. Comenius Regio 2011-2013, porté par la Région autonome de la Vallée d'Oste, Italie, et la Mairie du Bigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme. Untertitelung des ZDF, 2020